...und der nächste, ein Skoda, den wir hier erleben können, ein wunderschönes Kitka, ein Skoda Octavia Kitka, und zwar mit dem Steirer Manfred Zuppan. Er hat einen ganz prominenten Schrauber, er hat den Michi Wels mitgebracht, der schraubt, der hat seinen Chirocker schon zerlegt und bringt dann in den Schrauber ein paar neue Taten, oder? Es schafft 13.30. Dann könnte er noch einen Plan... 20.39 im Rallikoll. Das hat sich ausgezeichnet. Also, der ist richtig gut unterwegs, der Franz. So, Hermann! ...und der Std, der wird es hier richtig vorher machen, und das wünschen wir ihn! ... so, Christoph! ... es gibt 20.30. ... es ist hier eins, acht und vier, siebzi, für Franzfurtstag, ich habe drei, dass ich jetzt zero hinter drauf sein... ... jetzt sind jemand dran, dann abacken sich nicht voll. So, haupte Geburtstagskind, meine Lieben! Didi Sterna! Happy Birthday!